Hallo! So, hier kommt jetzt der versprochene Vlog, weil ihr das wolltet. Es ist ja so, dass es jetzt bald meine OK Ciao Shirts gibt. Und da werde ich jetzt die nächsten zwei Tage dort sein und die Produzieren... Also ich produziere die nicht, sondern ich druck halt drauf. Also das Logo, also den Spruch. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich wollte euch eh noch erklären, wie das jetzt gerade ist. Es ist nämlich so, dass wir gerade auf Hochtouren an dem Shop arbeiten. Also das wird dann so sein, dass es auf meiner Website einen Shop gibt, wo ihr das quasi dann bestellen könnt. Das haben mir ja schon viele auf Instagram geschrieben. Die benachrichtige ich dann eben, die habe ich alle aufgeschrieben und die benachrichtige ich dann, sobald der Shop fertig ist. Also wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr das nicht verpasst, schreibt mir einfach auf Instagram. Auf Instagram, ich heiße da at Alina Kani. Muss ein bisschen Eigenwerbung machen. Weil es geht halt leider nicht über Nacht, dass man einfach einen Shop hat. Da muss man sehr, 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 sehr viel bedenken. Das habe ich auch nicht gedacht. Aber wir geben wirklich alles. Mein Bruder und mein Papa helfen mir da ganz fleißig. Die machen da die ganze Website für mich. Und danke nochmal. Ich danke euch jetzt schon mal von ganzem Herzen für alles, was ihr da gerade auf die Beine stellt. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal ein bisschen mit, weil ihr das wolltet. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Ich wünsche euch viel Spaß. Und genau, bis dann. Okay, ciao. Ich bin jetzt da. Meine Mama ist da. Hallo. Sie schaut kurz zu am Anfang. Das ist dann hier das Gerät. Da druckt man das dann. Da kommen dann die T-Shirts hin. Also ich habe hier unten dann ganz viel Platz für mich. Ich werde jetzt dann Musik anmachen. Und die haben gesagt, dass ich heute nicht so viel schaffe. Weil ich bin halt noch kein Profi. Aber das werden die dann vom Sehen. Das ist schon schwer. Ja, schauen wir mal, wie viel ich heute schaffe. Ich mache jetzt einen Test. Das ist dann für mich so. Heiß positioniert. Das schaut echt cool aus, gell? Dass ich nichts verbrenne. Ich sehe mich schon hier. Wie, 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 wie. Okay. Achtung. Jetzt muss man 30 Sekunden warten. So. Jetzt muss ich abkühlen lassen. erstes ist fertig ein bisschen zu tief geworden aber sowieso meins also eures ist dann perfekt es ist hat die nachricht kriegt dass die lieferung von den xl shirts noch zwei wochen dauern das heißt alle die xl gekauft haben oder wollen müssen leider ein bisschen noch warten aber jetzt schaue ich wie viel ich schaffe jetzt geht es dann weiter so also wir haben heute den ganzen das alles gemacht und das da drüben ja alles genau und hier fehlt noch komplett xl weil die haben das noch nicht auf lager die heißt übrigens auch alina der shop wird bald online gehen ich sage euch dann bescheid und dann könnt ihr das hier alles erwerben und wenn es gut läuft dann würde ich auch voll gern noch hoodies rausbringen und so dann für den winter aber wie sie machen wir langsam hallo hallo das ist mein team wir hoffen hier in unserem garten und haben hier unsere to do list ja das gehört alles dazu wenn man einen shop eröffnet also falls ihr euch fragt warum das jetzt nicht ganz so schnell geht dann muss man einiges erledigen kann ich gerne mal später in ruhe erklären aber wir sitzen dran so schaut ein professionelles meeting auf ich habe komplett vergessen ein outro zu drehen ich wollte euch auch nur mal kurz ein bisschen erklären es setzt sich nämlich so zusammen ich habe hier den fixpreis von den t-shirts ja dann dass der aufdruck von vorne und hinten also hier ok schauen hinten diese winke hand und dann eigentlich noch dass es drauf gedruckt wird das wird mir jetzt nicht berechnet weil ich das selber gemacht habe ich werde es auch so lange es geht machen also wenn es jetzt wirklich einschlagen sollte dann kann ich das natürlich nicht mehr machen aber jetzt die ersten t-shirts in allerhand gemacht von mir dann kommt noch der versand dazu das verpackungs material dann ein paar anteile von dem store über das ich das also der shop über das ich den verkaufe den ich das verkaufe und was noch eins mehrwertsteuer na die kommen ja auch noch drauf so da sind wir schon bei ich weiß es nicht 17 euro oder so irgendwie so was 17 18 19 euro ich hab's jetzt nicht im kopf deswegen den preis den ich gebe dann schaue ich dass ich in den runden preis habe es kann auch nur cent beträge sein da den ich daran verdiene nur dass ihr bescheid wisst warum das nicht jetzt nur zehn euro kostet oder so die zehn euro werden zum beispiel nur der druck also ihr könnt auch nur die sticker genau das wollte ich nur mal erklären wusste ich auch nicht ich war komplett überrumpelt mit allem dann muss man natürlich gucken okay wie ist es mit versand wie macht man das mit paypal blablabla und da was da alles da musst du ja rechtlich und flieg sei was ich gewerbe muss dich anmelden also das ist nicht ohne aber ich mache das sehr gerne und mich freut es extrem nur dass ihr mal bescheid wisst ungefähr was da eigentlich alles so dahinter steckt deswegen hat es auch eine weile gedauert bis es los geht weil es die website allein schon das geht halt nicht so aber wir haben gas gegeben und ich hoffe dass es euch wirklich gefällt und ich hoffe dass in zukunft dann noch mehr kommen wird und genau ich würde euch noch mal danke sagen für diese ganze verrückte zeit die gerade abgeht und was jetzt alles kommt als es kommt einiges und ich bin sehr sehr aufgeregt und danke von meinem ganzen herzen ich muss öfters mal ein kleines tränchen verdrücken weil ich so glücklich bin also wirklich danke schön darf und jetzt genug schnulze ich wünsche euch einen schönen tag ich muss jetzt aber und ja bis bald okay und